so willkommen zum shop update heute um 2 uhr zeit umgestellt ist jetzt kommt der shop in der sommerzeit bis oktober wieder bis 2 uhr so ein spinnpaket ist pulgar keine ahnung wer das stimmt paket Dann die Zündkätzlerin, die hat nämlich noch einen neuen Stil bekommen, Anfang der Season und jetzt ist die auch mit dem Stil drin, nicht schlecht aus dem Motor, ja, dann noch die hier, dann die Zündkopf, können wir dann auch mit dem Motorrad eksperren, wenn wir so schnellen, dann die Zündkopf, Das war's für heute. Und der ist auch wieder drin mit seinem Stil. Und der ist auch wieder drin. 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 Und der ist auch wieder drin.